hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem video auf meinem youtube kanal wir haben dafür hallo lieben herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal auf youtube und wir haben dafür instagram abgestimmt und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal wir haben für instagram gefragt zum thema strecke bauarbeiten umleitung laptop steht bereit er wenn dafür instagram gefragt in seines video zum thema bauarbeiten strecke ganze woche geben dreimal pro woche und ja das video heute schon auf meinem kanal das video heute sollen da nach oben abonnieren bitte nicht vergessen glück aktivieren bitte nicht vergessen und nix nix in video nicht verpassen können schreiben wir kommentar ganz genau zu einem nächsten video auf youtube geben und ja wir starten hier welchen seite ich gehe erst mal auf dem bus busse kvg baustelle das machen wir als es ist im hoppenplan zwischen 81 19 22 n nachts bus sperrung zwischen knopper weg guterbergstraße zwischen westring und guterlochstraße knopper weg voraussichtlich vier wochen gesperrt wird guterlochstraße knopper weg wird guterlochstraße knopper weg guterlochstraße knopper weg und diese woche montag 29 voraussichtlich vier wochen gesperrt wird umleitet sondern 90 und schubbus 20 62 e ersatzwagen 1 82 22 für der der städten 1 82 und 20 christian grusenstraße umleitet über westring rung zangnäuig existierplatz und ziegerteich heißt die hauptbahnhof hans hansen straß leben berg und dreiecks platz markenstamm als 30 geist hat könnte nicht bedienen hauptfeuer hauptfeuerwache westring existierplatz und ziegerteich wird offiziell bedient 62 62 e ersatzwagen zwischen umgeleitet universität und ja ja freunden das war's mit unser video lassen wir da nach oben abonnieren bitte nicht vergessen glöckchen aktiven ich werde schreiben kommentar ganz genau zu meinem nächsten video und so haben wir das das thema video kanal habe ich auf insta und ja das war's mit unserem video sehen wir uns beim nächsten video wieder bis dahin bis dahin tschüss aus 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 Vielen Dank.